Und in dem Sinne würde ich sagen, legen wir dann auch gleich los. Kurz zur Agenda. Am Beginn möchte ich mich natürlich ganz kurz vorstellen, um dann überzuleiten auf, was ist Programmatic Advertising eigentlich? Also ein kurzes Intro. Da möchte ich sprechen über die Herausforderungen für Online-Händler, auch wie sich der Markt entwickelt und welche Daten gibt es aktuell über den Markt. Was sind die Vorteile von Programmatic Advertising, um dann ein bisschen genau über das Thema Creatives zu sprechen, spezifisch über Dynamic Creatives. Wie funktionieren diese und wie kann man die auch anwenden, also mit konkreten Beispielen? Dann wollen wir sprechen über Programmatic Advertising, Kampagnen entlang des Funnels, sprich über wirklich Full-Funnel-Kampagnen-Strategien und auch hier versehen mit Beispielen aus der Praxis, um dann zum Schluss über Programmatic Ad-Automation zu sprechen. Ein Service, an dem wir als Mac gearbeitet haben, auch hier kurz die Funktionsweise erklären, kurz auch ein Intro geben, wie funktioniert das verglichen mit den klassischen Google Display Ads? Was kann man targeten, wie kann man targeten und auch über das Reporting sprechen und am Schluss alles nochmal zusammenfassen und natürlich auch dann die Fragen, die sich vielleicht während dem Webinar ergeben, zu beantworten. In dem Sinne, ganz kurz zu meiner Person, mein Name ist Markus Harrand, ich bin jetzt seit beinahe vier Jahren bei Smarter E-Commerce, hatte hier schon viele Positionen und Titel inne, ganz am Anfang klassisch als Account Manager gestartet und alle möglichen Kanäle betreut, bis dann die Spezialisierung auf Programmatic kam, wo ich dann in den folgenden Jahren einiges an Wissen sammeln durfte, bis ich das Thema auch als Teamlead übernommen habe und da dann auch das Analytics-Team zu mir gewandert ist. Genau, das ganz kurz zu mir, aber um mich soll es ja nicht wirklich gehen heute, sondern um das Thema Programmatic und wie das Online-Retailer angehen können. Was sind so Herausforderungen von Online-Händlern, für die man mit Programmatic vielleicht nicht lösen, aber zumindest unterstützen kann? Auf der einen Seite gibt es natürlich in den Bereichen Shopping und Search irgendwann ein Limit, das heißt, da wird das Wachstumspotenzial irgendwann geringer und gerade für wichtige Produktgruppen oder auch Zielgruppen, die man erreichen will, bekommt man eventuell nicht genug Traffic und das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Dann oft natürlich Thema Display, gerade im Performance-Marketing noch nicht wirklich Erfahrungswerte, sprich es gibt natürlich mangelnde Erfahrungen in dem Bereich, aber auch mangelnde Ressourcen, was bedeutet natürlich, Display wird gar nicht genutzt oder nicht voll ausgeschöpft. Ein weiteres Thema ist natürlich, wenn man die Ads oder die Banner manuell erstellt, dass das natürlich ein ziemlicher Aufwand ist, um passende Creatives zu erhalten und dann teilweise zu günstigeren Alternativen gegriffen wird, die vielleicht nicht die beste Qualität hat hinsichtlich Creatives. Dazu kommt, dass wenn man dann auf eine Kreativagentur zugeht, die oftmals eher kostspielig sind, beziehungsweise mit limitiertem Fokus auf Performance-Kampagnen, das heißt, oftmals geht es in Richtung Fancy Upper Funnel Kampagnen, aber das Thema Performance, Lower Funnel Stärken wird wenig mitgespielt. Aber bevor wir da jetzt dann ganz, ganz granular reinspringen, kurz mal zur Definition von Programmatic Advertising, über was reden wir heute überhaupt? Programmatic Advertising ermöglicht den automatisierten Kauf und Verkauf von digitaler Werbung über Einkaufs- und Datenplattformen in Echtzeit. Wenn man sich das jetzt ein bisschen genauer anschaut, kommt man da zum großen Versprechen, das man gern mal wo lest oder wahrscheinlich auch alle Anwesenden schon irgendwann mal gesehen haben. Man will natürlich die richtige Zielgruppe erreichen, mit der richtigen Message, zur richtigen Zeit, um den richtigen Moment zu schaffen. Und da einfach mal ein bisschen Daten vom Markt zeigen auch, dass das einfach ein Riesenthema ist, das auch ein Trend, der immer weiter geht, wenn man sich den Ads-Band anschaut, wie sich der so entwickelt. Man sieht natürlich den leichten Einbruch oder den eigentlich relativ starken Einbruch im Jahr 2020, was natürlich mit Corona zusammenhängt. Aber die Jahre darauf haben es eigentlich mehr als wieder wettgemacht und das Wachstum geht immer weiter und zeigt auch einfach, was das für ein Riesenbereich ist und wie wichtig Programmatic Advertising ist und auch wird. Und wenn man das mal vergleicht mit klassischer Display-Werbung, sprich Direktbuchungen, dann sieht man auch hier, Programmatic wächst deutlich stärker und nimmt einen immer größeren und wichtigeren Teil im Bereich Display-Werbung ein. Da ist besonders wichtig zu sagen, das ist natürlich nicht in allen Ländern in Europa gleich. Es gibt einfach Länder, wo das schon deutlich fortgeschritten ist, wo fast die gesamte Display-Werbung schon über Programmatic läuft. Gerade UK ist das, wenn Vorreiter und andere Länder hinken da noch ein bisschen nach, was natürlich auch Chancen mit sich bringt. Also Österreich ist da jetzt mit Sicherheit noch nicht so weit, wie das zum Beispiel in UK der Fall ist. Grundsätzlich, weil wir auch schon über diese Direktbuchungen gesprochen haben auf der Slide davor, dass die geringer wachsen, da ist auch einer der großen Vorteile von Programmatic Advertising. Programmatic vereinfacht den Medieneinkauf. Warum ist das so? Weil man alle Kampagnen in einem Tool abwickeln kann. Wenn man früher bei allen verschiedenen Vermarktern vielleicht per Mail oder auch anrufen musste, um zum Beispiel einen Banner auf der Homepage zu platzieren, dann hat man verschiedenste Reports bekommen von all diesen Vermarktern. Und im Endeffekt war es schwer, das alles in ein Tool zu führen, das Reporting anzugleichen. Und Programmatic Advertising ermöglicht das einfach alles in einem Tool. Sprich, man kann mit verschiedensten Vermarktern beispielsweise zusammenarbeiten, das alles über den Programmatic Tech Stack ausspielen und hat so einfach wahnsinnig viel Synergieeffekte und natürlich vereinfacht es auch die Setups. Aber man kann eben nicht nur direkte Deals machen, sondern es gibt auch ein extrem hochwertiges Inventar durch angeschlossene Ad Exchanges. Das heißt, es gibt verschiedenste Netzwerke, die man damit bespielen kann und hat so einfach eine riesengroße Reichweite, die über den Google Ad Exchange, den die meisten kennen, hinweggehen. Das heißt, man hat einfach extrem viel zusätzlichen Traffic, zusätzliche User, die man mit Programmatic, beziehungsweise in dem Fall Display & Video 360 von Google bespielen kann. Auch beim Targeting gibt es einige Vorteile, weil man nicht nur First-Party-Daten nutzen kann, sprich, die eigenen Daten, die man sowohl für Remarketing als auch für Similar Audiences hernehmen kann. Es gibt auch im Fall von DV360 Google-Zielgruppen, aber eben auch Third-Party-Zielgruppen. Das heißt, verschiedenste Unternehmen stellen ihre Daten für Programmatic zur Verfügung und man kann dann zum Beispiel Audiences von Oracle, IOTA, Mastercard und so weiter für die eigenen Kampagnen nutzen und ebenso noch granularer die jeweiligen User bespielen. Klassische Targetings wie zum Beispiel Demografie, Geografie, Endgeräte, also Devices, funktionieren natürlich sowieso. Das heißt, man kann sich da einfach ein super granulares Targeting dann zusammenbauen. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Viewability Targeting. Das heißt, einfach sicherstellen, dass die Anzeigen auch tatsächlich sichtbar sind. Oftmals ist es ja so bei Display-Werbung, dass die Banner dann irgendwo verschwinden und gar nicht wirklich gesehen werden, sprich, die Impressions, die erzeugt werden, kommen gar nicht wirklich bei den Usern an. Und ja, mit dem Viewability Targeting kann man einfach sicherstellen, dass das nicht passiert, sondern dass man nur für sichtbare Impressionen bedeutet, mindestens 50% der Anzeige sind für mindestens eine Sekunde sichtbar bezahlt. Zweites großes Thema, gerade während den verschiedenen Vermarktern, die ich vorher angesprochen habe, extrem wichtig ist das Thema Frequency Capping. Auch hier ist effektive Kampagnensteuerung natürlich super wichtig. Das werden die meisten jetzt natürlich von Google Ads, von Facebook und so weiter schon kennen. Aber gerade den Fall, den ich vorher mal skizziert habe, man bucht Banner direkt bei verschiedensten Vermarktern, bei verschiedensten Online-Magazinen und so weiter ein. Da hat man schon einige Nachteile, wenn man eben so einen Frequency Cap nicht nutzen kann, weil der User springt vielleicht von Magazin zu Magazin zu Magazin. Mit allen von denen habe ich einen separaten Deal und sehe denselben Banner immer und immer wieder, ohne dass es wirklich auffällt. Und eben über Programmatic kann ich auch hier sicherstellen, dass derselbe User, auch wenn er zu verschiedenen Seiten springt, den Banner nicht zu oft sieht. Und ein Thema, was jetzt eben vor allem während der Pandemie, aber natürlich auch allem, was gerade so auf der Welt passiert, ein super wichtiges ist, ist das Thema Brand Safety. Er will seine Anzeigen natürlich nicht neben Inhalten präsentieren, die absolut nicht zu eigenen Brand passen, die vielleicht mit Negativ-Schlagzeilen in Verbindung bringen, beziehungsweise auch auf Webseiten, die man vielleicht politisch schwierig findet. Da will man natürlich nicht ausgespielt werden. Da ist das Thema Brand Safety super gut über Programmatic zu steuern, weil man nicht nur die Möglichkeiten des eigenen Tools hat, sondern auch hier so Drittanbieter, wo man nochmal zusätzlich sicherstellen kann, dass die Anzeigen entsprechend nur auf passenden Placements gezeigt werden. Kurz zusammengefasst die Vorteile von Programmatic. Programmatic ist eine One-Stop-Shop-Lösung. Das heißt, man kann Display, aber auch Video- oder Audio-Kampagnen oder auch Digital-Out-of-Home-Kampagnen in einem Tool planen, ausführen und reporten. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man sich einiges an verschiedener Tool-Nutzung spart und wirklich alles auf einmal im Blick hat. Es gibt für verschiedenste Kampagnen-Typen das passende Medien-Inventar. Sprich, man hat eben die Möglichkeit, dass man auf der einen Seite direkte Deals mit Vermarktern, mit Magazinen und so weiter macht, aber eben auch diese verschiedensten Ad-Exchanges, womit man einfach riesengroße Reichweite erzeugen kann. Man hat verschiedenste Daten- und Targeting-Möglichkeiten, um eben die eigene Werbung möglichst gut auszuspielen und an den richtigen User zu richten und diverse Automatisierungs-Dinge im Hintergrund, verschiedenste Bidding-Möglichkeiten, ob man auf Klicks, auf Impressionen, auf Conversions optimiert oder auch das Bidding selbst in die Hand nimmt und da eingreift und verschiedene andere Themen nur mit reinnimmt. Da hat man einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, um da die Performance noch aufzubessern. Und das Ganze grafisch auch nochmal kurz dargestellt. Im Prinzip kann man mit Programmatic jedes Device, das irgendwie im Internet hängt, bespielen. Also von klassisch natürlich im Desktop-PC oder im Tablet angefangen, bis hin zu Autos, die zum Beispiel Spotify nutzen oder irgendwelche Konsolen, die im Internet hängen, kann man eigentlich, die Möglichkeiten sind quasi unbeschränkt, um hier seine Audio, Display, Video, wie auch immer Werbung an den jeweiligen Geräten auszuspielen. Ja, nach diesem kurzen Intro zu Programmatic und all den Vorteilen, die geboten werden hinsichtlich Targetings und allem, was wir sonst so gehört haben, möchte ich ein bisschen tiefer gehen beim Thema Dynamic Creatives. Wie funktionieren Dynamic Creatives und auch einige Beispiele, weil natürlich Dynamic Creatives einige Probleme von Online-Retailern lösen können. Warum ist das Thema so wichtig? Weil Display-Kampagnen oder der Erfolg von Display-Kampagnen zum großen Teil von Creative abhängig ist. Gibt es natürlich verschiedene Prozentwerte, die da immer wieder genannt werden, aber es ist immer so rund um die 50 Prozent des Kampagnenerfolgs, die tatsächlich vom Creative abhängig sind, weil natürlich zwischen all den Bannern, die geschalten werden, muss man positiv herausstechen, damit der User auf die eigene Brand, auf die eigene Anzeige aufmerksam wird. Das heißt, der Content, das Bildmaterial, die Anzeige, das sollte natürlich top aktuell sein und auch ansprechend für den User gestaltet. Das Werbemittel sollte natürlich dann auch im nächsten Schritt, und da sind wir beim zweitwichtigsten Kriterium, Targeting und Reichweite, sollte natürlich das so zusammenspielen und zusammenpassen. Das heißt, die Gestaltung und auch dann die Zielgruppen, die hinterlegt sind und so weiter, sollten möglichst nah beieinander sein und möglichst gut zusammenpassen, um eben den User möglichst gut abzuholen und Klickrate, Conversion Rate und so weiter in eine möglichst positive Richtung zu treiben. Und die restlichen Prozent sind dann die Brand. Das heißt, natürlich macht es einen Unterschied, wie bekannt der Brand ist, ob man eine Marke schon bekannt vorkommt. Das hat natürlich auch einen positiven Einfluss auf die Klickrate und so weiter. Um diese Werte oder um diese Themen möglichst gut bespielen zu können, gibt es das Thema der Dynamic Creatives. Wie funktionieren dynamische Werbemittel oder Dynamic Creatives? Es gibt da verschiedenste Elemente, die entweder fix im Banner verbaut sein können oder eben dynamisch austauschbar. Das heißt, potenziell könnte der Logo austauschbar sein, wenn es für den eigenen Shop Sinn macht. Es können Hintergrundbilder dynamisch ersetzbar sein, der Rahmen, der Call to Action, das Wording, irgendwelche Texte, Symbole und so weiter. Also im Prinzip alles, was programmierbar ist, würde sich auch dynamisch anpassen lassen. Und ja, wie kann man das Ganze anpassen? In den meisten Fällen gibt es einen Datenfeed als Informationsquelle. Dieser Datenfeed ist mit einem Banner Template verknüpft. Das heißt, in dem Datenfeed stehen alle wichtigen Informationen drinnen, Wordings, Hintergrundbilder, Exit-URLs, Logos, Call to Actions und so weiter und so fort. Und der Banner ist so programmiert, dass er einfach auslesen kann, welche Elemente sind dynamisch und aus welcher Zeile lese ich quasi aus. Und so kann man dann aus einem Banner Template hunderte oder tausende Varianten bauen mit verschiedenen Texten, verschiedenen Bildern und so weiter. Und so einfach Banner für die verschiedensten Anlässe nutzbar machen. Damit man sich das auch ein bisschen besser vorstellen kann und sieht, welche Möglichkeiten es da gibt, habe ich auch einige Beispiele mitgenommen von bereits umgesetzten dynamischen Werbemitteln. Hier sieht man zum Beispiel ein dynamisches Werbemittel, das quasi auf das Timing angepasst ist. Sprich, es gibt andere Produkte, die unter der Woche laufen, verglichen mit Produkten, die am Wochenende live sind, beziehungsweise wie man auch leicht erkennen kann, kann man auch das Layout leicht abändern mit verschiedenen Logos und Hintergrundfarben. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man Offline-Stores bewirbt und damit auch Online-Produkte einblendet. Das heißt, man sieht hier, es laufen sowohl Produkte durch, wo man abspringen könnte in den Shop, aber man sieht auch, dass man zum Anfahrtsplan klicken kann und da würde man dann die Strecke zum nächsten Offline-Store bekommen. Also auch solche Spielereien sind möglich. Man kann natürlich auch verschiedenste Funnel-Stages bewerben beziehungsweise mit einem ähnlichen Intro beginnen, wie man da sieht, verglichen mit auf der rechten Seite gleich direkt ziemlich produktlastig wird und man kann natürlich dann auch testen, was funktioniert besser. Man kann natürlich nicht nur auf Produkte gehen, das heißt, ein Produkt-Feed verbinden, sondern sich zum Beispiel auch dazu entscheiden, dass man verschiedenste Services bewirbt. Auch das wird sich dynamisch natürlich umsetzen lassen, wie man sieht, während auf der linken Seite man da wirklich direkt bei den Produkten durchsliden kann und auch ganz genaue Preise sieht. Und auch auf Länder, wenn der Online-Shop so aufgebaut ist, wird sich das Ganze natürlich anpassen lassen. Das heißt, was wir hier gesehen haben, ist, dass es zu Beginn ein kurzes Intro-Video gibt, das man schon ein bisschen auf die kommenden Produkte einstellt, das ein kurzes typisches Bild von einem Land wieder gibt, damit ich mich möglichst gut in Italien, Frankreich, wie ich immer aufgehoben fühle und dann gibt es die entsprechenden Produkte aus dem Land. Das heißt, das sind alles jetzt Beispiele von dynamischen Bannern, die an den jeweiligen Online-Shop möglichst gut angepasst worden sind, um eben möglichst flexibel dann zu sein in der Anpassung. Sprich, man kann überall die, je nachdem, was drinnen ist, die Texte, die Bilder, die Links und so weiter tauschen, um hier möglichst flexibel voranzukommen. Man sieht schon ein bisschen an den Beispielen, dass nicht nur der Lower Funnel möglich ist mit den dynamischen Werbemitteln, wenn auch gleich die meisten Beispiele natürlich sehr, sehr produktlastig waren. Und ich möchte jetzt noch ein paar Beispiele und Intro aus der... ...damit ich wirklich auch den Komponenten verspielen kann. Das ist so, dass wir die Slide schon mal in der oder ähnlicher Form gesehen haben. Es gibt klassische... ...und die... ...wo man von den unbekannten... ...und dann fängt, bis hin an bekannten Usern, die im Allfall dann wirklich einen Kauf im Online-Shop abschließen. Das heißt, angefangen von Markenbotschaft verbreiten, generell mal die Marken bekannt machen, über diese Markenbekanntheit weiterverbreiten, User gestalten bis hin letztendlich zur Transaktion. Im Online-Shop sind die klassischen Funnel-Steps und für all diese Bereiche gibt es auch Möglichkeiten, das Ganze dynamisch aufzusetzen oder umzusetzen. Das erste Beispiel, auf das ich kurz hin will, ist Thalia. A ist wirklich ein Ansatz, wo alle Elemente dynamisch sind. Angefangen von sehr themenlastigen oder sloganlastigen Bar-Up-Erfahren über Kategorien, die im Online-Shop verfügbar sind, bis hin zu konkreten Produktvorschlägen aus den jeweiligen Kategorien oder Subkategorien. Da gibt es natürlich auch das passende Targeting immer dazu. Das heißt, im Upper-Funnel natürlich sehr, sehr stark in Richtung große Affinity, Custom-Affinity-Ordienz, also Kontext-Targeting. Das heißt wirklich, man geht raus, man spricht die User an, die die Marke zum großen Teil noch nicht kennen und setzt sehr, sehr stark Third-Party-Audite verglichen mit den Third-Party-Daten und zeigt dem User mal grundsätzlich, was macht die Marke aus, welche Themen treiben die Marke und so weiter. Im nächsten Schritt, und auch hier ist alles, wie gesagt, dynamisch anpassbar, ist dann im Mid-Funnel die Kategorie im Mittelpunkt. Hier geht es schon stärker von Third-Party in Richtung First-Party und es gibt einen Fifty-Fifty-Split, wo man viel, viel stärker Richtung Custom-Intent und Similar-Audiences geht. Das heißt, Similar-Audiences sind eigene Zielgruppen, die auf Basis der First-Party-Daten basieren, also User, die sich ähnlich verhalten wie Leute, die zum Beispiel schon mal gekauft haben. Und Custom-Intent, da gehen wir wirklich auf relevante Suchbegriffe ein und da kann man natürlich auch super Synergien nutzen von Google Ads oder Microsoft Ads, sprich die Keywords, die super gut performen, die viele Conversions treiben, kann ich da natürlich nutzen, um spannende Audiences zu bilden. Und Remarketing lässt sich da natürlich dann auch schon super nutzen, um eben zum Beispiel bis zu... und das ist das Blit dann natürlich noch, noch, noch viel stärker in Richtung First-Party. Das heißt, ja, die User sind großteils User, welche schon auf der Website waren, meistens schon auf Kategorie-Ebene und werden dann mit den relevantesten Produkten bespielt. Dort hat zum Beispiel Kategorie-Romane, hat aber dort nicht eingekauft, kommende Produkte aus dieser Kategorie ausgespielt. Hier gibt es die Custom-Innen-Gruppe, kaufrelevante Suchbegriffe genutzt werden, um auf die User einzugehen. Und die Custom-Programmatic-Competence auf der D3-Kong präsentiert das Zeichen mit, oder kurz vor den dynamischen Werbemitteln, auch ein Attribution-System eingeführt wurde, wodurch man einfach super genau auswerten hat können, wie erfolgreich die Kampagnen gelaufen sind. Und da war der Outcome, dass sich die Kosten-Umsatz-Relation von Standard-Display auf Dynamic Creatives um fast 100% gesunken ist. Die Conversions waren rund neunmal so hoch, wenn man die Multi-Touch-Attribution vergleicht mit der Last-Click-Attribution, die davor in place war. Und letztendlich wurde dann dem Kanal dadurch deutlich mehr Budget zugewiesen und auch die Sichtbarkeit konnte sehr, sehr stark gesteigert werden. Das heißt natürlich absoluter Erfolg, in dem Fall auf dynamische Werbemittel zu setzen, weil man es einfach laufend adaptieren kann und immer wieder für verschiedenste Kampagnen nutzen. Ein zweiter Case, den wir angegangen sind mit dynamischen Werbemitteln, war für Intersport, wo wir sowohl auf Themen und Marken eingehen, als auch auf Produktvorschläge. Das heißt, der linke dynamische Banner wird vor allem für Upper Funnel, aber auch für zumindest leicht mit Funnel Kampagnen verwendet, während der rechte Banner eben sehr, sehr stark dann schon Produkt-Purchase-lastig ist und auf Remarketing geht. Wir haben eigentlich schon ab der ersten Kampagne beschlossen, dass wir auf dynamische Werbemittel setzen sollten. Das heißt, die ersten Kampagnen waren Awareness-Kampagnen, wo direkt ein dynamisches Werbemittel genutzt wurde. Die Creatives sind wiederum mittels Spreadsheet komplett adaptierbar und deshalb für verschiedenste Flights nutzbar. Und man kann dann natürlich auch extrem schnell neue Kampagnen umsetzen oder bestehende Kampagnen abändern. Wenn sie irgendeine Marke, irgendein Produkt schneller verkauft als gedacht, beispielsweise wäre es relativ schnell und easy möglich, dass man das austauscht, beziehungsweise natürlich auch Dinge A, B testet und probiert, funktioniert Video-Background besser oder statisches Bild, funktioniert Call-to-Action A oder B besser und so kann man sie dann natürlich super rantasten und Dinge ausprobieren. Und so da nur ein paar Beispiele, was man alles eigentlich mit dem ein und selben dynamischen Werbemittel umsetzen kann, von der Markenkampagne über Wanderkampagne bis hin zur Sommerkampagne kann man dann quasi dasselbe Werbemittel immer wieder verwenden und einfach mit neuen Inhalten befüllen, die auf die jeweiligen Kampagnen einspielen. Zusätzlich zu diesen Upper- und Mid-Funnel-Bannern, wo wir verschiedenste Kampagnen gespielt haben, sind dann auch dynamische Remarketing-Banner eingesetzt worden, die aber einen leichten Twist haben, nämlich die Banner schauen nicht für jede Kategorie oder für jeden Bereich gleich aus, sondern sind für die verschiedenen, für die wichtigsten Kategorien adaptiert worden, sprich es gibt ein eigenes Intro für zum Beispiel Radfahren, wie man da gesehen hat, oder auch für Wandern, für Schwimmen, für Ballsportarten und so weiter. Und nach diesem Intro kommt das Remarketing-Produkt und danach werden nicht weitere Produkte ausgespielt, die ich schon gesehen habe, sondern der Banner kennt automatisch, aus welcher Kategorie ist dieser, dieses Remarketing-Item und spielt weitere passende Produkte aus eben dieser Kategorie aus. Das heißt, man hat auch so einen leichten Prospecting-Touch dabei, weil einfach spannende weitere Artikel dahergezeigt werden und nicht nur an schon bereits gesehene Inhalte erinnert wird. Und sieht man auch hier kurz, von, wie gesagt, Radfahren über Fitness bis Ballsportarten oder Schwimmen sind die Banner dann jeweils an die verschiedenen Zielgruppen angepasst, um einfach den User noch besser abzuholen und möglichst, möglichst gut zu bespielen. Und das Ganze hat dann auch zu ziemlich guten Ergebnissen geführt, wenn man es mit den Dynamic Remarketing-Kampagnen vergleicht, die davor gelaufen sind, ist natürlich immer ein unfairer Vergleich, weil in verschiedenen Jahren viel Verschiedenes passieren kann, aber ich glaube, die Werte sprechen da schon deutlich für sich. Also die Conversion Rate ist um 130% gestiegen, die Sitzungsdauer war ums Dreifache länger, der durchschnittliche Bestellwert ist um 6% nach oben gegangen und die Absprungrate um 54% nach unten. Es waren einfach sehr, sehr schöne Numbers, die dann am Ende der Kampagnen zu sehen, weil es natürlich auch einiges an Aufwand war, eben diese ganzen Remarketing-Banner an die verschiedensten Kategorien und User anzupassen. Aber der Outcome war dann, wie gesagt, sehr, sehr schön. Ja, als letztes Thema des heutigen Webinars möchte ich noch auf Programmatic Add Automation eingehen, quasi die Solution, an der wir als SMAC selbst gearbeitet haben. Warum haben wir das gemacht? Weil man hat jetzt gesehen, es gibt wahnsinnig viele coole Dynamic Creatives, die man aufsetzen kann, die man umsetzen kann, aber es gibt natürlich extrem viel Online-Retailer, die vielleicht nicht gleich mit einem eigenen dynamischen Werbemittel-Set starten wollen, die nicht die Ressourcen, nicht das Budget dafür haben. Und wir haben überlegt, wie können wir das Ganze lösen und eben mit ein bisschen Automatisierung versehen, dass man sowohl Zeit als auch Ressourcen einfach sparen kann. Und dazu ganz kurz das Intro-Programmatic Add Automation ermöglicht die inventarbasierte, automatisierte Ausspielung und Erstellung von dynamischen Bannern über eine Vielzahl von Add-Exchanges an potenzielle neue Kunden. Das heißt, der Ansatz ist möglichst ressourcenschonend und performanceorientiert, um eben möglichst einfach, leicht und schnell für Online-Retailer aufsetzen zu sein. Wie funktioniert das Ganze? Das wichtigste Element ist sicher das obere, nämlich Feed und Creative Connection. Werde ich dann später noch genauer erklären. Aber es geht vor allem eben um ein Produkt-Feed, der sehr stark mit Performance-Werten angereichert wird, damit die spannendsten Produkte, die spannendsten Kategorien automatisiert gewählt werden. Dann natürlich mit dem passenden Targeting versehen, sprich die Produkte sollen natürlich an die passendsten User ausgespielt werden. Und das Ganze braucht dann natürlich auch Reporting und Analytics, sprich es wird natürlich laufend optimiert und man hat jederzeit Zugriff auf die Zahlen. Der Output des Ganzen sind komplett automatisch generierte Werbemittel für ausgewählte Produkte, ausgespielt eben an relevante Zielgruppen. Wie funktioniert das Ganze? Im Prinzip nutzen wir die Google Ads API beziehungsweise auch Google Analytics 4, um herauszufinden, welche Produkte nach bestimmten KPIs, und diese KPIs sind komplett frei definierbar, welche sind die Top-Performer. Das könnte jetzt der ROA sein, das könnte eine bestimmte Anzahl an Conversions, der CPA, wie auch immer sein, was für ein Online-Retailer Produkt erfolgreich macht. Das Ganze ist dann wiederum im Merchant-Center verknüpft, wo alle Produktinformationen gespeichert sind. Das heißt, wir wissen natürlich dann den Titel, die Brand, den aktuellsten Preis, ein passendes Produktbild, die Exit-URL und so weiter und so fort. Und können eben so dann diese spannenden Produkte auch mit den relevanten Informationen verknüpfen, was dann zu einem Spreadsheet führt, das wiederum mit dem dynamischen Werbemittel verknüpft werden kann oder verknüpft wird. Und wenn das alles passiert ist, wandert das Creative von Studio an den Campaign Manager und letztendlich dann an Display und Video 360 und kann dort ausgespielt werden. Das heißt, aus diesem Produkt-Performance-Feed, den wir da erstellen, und eben Daten, die man bekommt, wie die Brand-Color, das Logo, der gewünschte Call-to-Action, wird am Schluss dieser Banner. Und das kann für eine Kategorie live gehen oder kann potenziell natürlich auch für hunderte Kategorien funktionieren, wenn man entsprechend die Regeln aufsetzt und genügend Performance-Daten zur Verfügung hat, um die Banner zu erstellen. Ganz kurz möchte ich das auch noch mit Google Ads vergleichen, weil es natürlich auch diverse Möglichkeiten gibt, Display-Ads direkt in Google zu schalten. Da gibt es natürlich gewisse Limitierungen. Erstens ist die Reichweite auf das Google Display-Netzwerk beschränkt. Wenn man sich für Responsive Display-Ads entscheidet, um den Produkt-Feed nutzen zu können, dann hat man natürlich auch wenig Kontrolle über das Design und kann auch nicht so granular sie anschauen, welche Produkte sollen denn tatsächlich in den Banner reinkommen. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, dass wir da auf der einen Seite zusätzliche Reichweite reinholen können mit Programmatic-Ad-Automation, weil wir die zusätzlichen Kanäle bespielen können, die zusätzlichen Ad-Exchanges. Man kann die performantesten Produkte oder die Produkte, die besonders wichtig sind, für Online-Retailer aktiv an potenzielle Kunden pushen. Man kann die dynamischen Werbemittel natürlich sehr, sehr gut adaptieren, an das eigene Brand-Design anpassen und verschiedenste USPs und so weiter einbinden. Und die Auswahl von Produkten findet wirklich automatisiert anhand von definierten KPIs statt. Und wenn wir uns dann mal so einen kleinen Vergleich anschauen wollen von einer Responsive Display-Ad, wie sie ausschaut oder ausschauen kann über das Google Display-Netzwerk, verglichen mit eben die Möglichkeit, die wir über Programmatic haben, dann sehen wir hier eben vor allem natürlich statische Bilder und eben diese Limitierung auf das Google Display-Netzwerk, während mit Programmatic-Ad-Automation wir die Creatives über alle möglichen Ad-Exchanges ausspielen können, was uns zusätzliche Reichweite beschafft. Aber natürlich können wir eben die Creatives sehr, sehr genau auf die Brand anpassen, Logos einbinden, Produkt mitnutzen, USPs zeigen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einfach die Möglichkeit, dass wir wirklich schön animierte Banner relativ automatisiert erstellen. Die Automatisierung von den Produkten findet wirklich, ja, ist komplett automatisiert und die restlichen Dinge können an die jeweilige CI-Guideline, Brandbook, wie auch immer, angepasst werden. Es gibt dann natürlich auch spezifisches Targeting-Kategorie. Das heißt, wir können den Feed so nutzen, dass wir anhand von verschiedensten Dingen filtern. Das kann jetzt die Hauptkategorie sein, das könnte eine Subkategorie sein, könnte potenziell natürlich auch eine Brand sein und die jeweiligen Unterthemen, sage ich jetzt mal, sind dann natürlich auch entsprechend an relevante User getargetet. Und je nachdem, für welchen Bereich von einem Unternehmen ich mich interessieren könnte, bekomme ich dann einen anderen Banner ausgespielt als die anderen User. Zusätzlich zu den natürlich komplett angepassten Bannern sind die Kampagnen auch sehr, sehr gut messbar und wir stellen da alle Daten auch zur Verfügung in Form von einem Dashboard. Sprich, man kann sie quasi zu jeder Zeit ansehen, wie performt die Kampagne aktuell, wie viele Impressions habe ich schon generiert, wie viele Klicks, wie viele Conversions, wie ist die Klickrate, wie entwickelt sich der Traffic, wie entwickelt sich die Klickrate und so weiter und so fort. Das ist jetzt nur mal so ein potenzieller Intro-Slide. Man sieht dann natürlich noch viel genauer, wie performen die einzelnen Kategorien, die einzelnen Creatives. Und das Ganze, was für Programmatik auch super wichtig ist, nicht nur auf Klick-Basis, sondern auch auf View-Basis. Sprich, ich kann unterscheiden, hat der User geklickt und ist dann konvertiert oder hat der User den Banner gesehen und ist vielleicht dann über einen anderen Kanal Search, Shopping, Direct wiedergekommen und hat dann eine Conversion gemacht. Zusammenfassend nach meinem 40-minütigen Monolog, was sind die wichtigsten Punkte? Also die Zeit für programmatische Werbung ist definitiv jetzt. Es ist natürlich schon in den letzten Jahren immer ein Riesenthema, aber man hat es gesehen in den ersten Slides, wie stark das Thema immer noch wächst und man sollte einfach nicht den Zeitpunkt verpassen, indem man sich zumindest Gedanken macht, ob Programmatik nicht ein wichtiger Teil der Online-Strategie sein könnte oder sollte. Ein zweiter wichtiger Punkt ist dynamische Banner, weil die eine super schnelle Anpassung von Creatives ermöglichen. Gerade Online-Retailer, die oft ein wirklich riesengroßes Sortiment haben, ist es super spannend, wie man dynamische Banner nutzbar machen kann, und um eben die eigenen Banner möglichst schnell anzupassen, an vielleicht laufend wechselnde Aktionen auch zu adaptieren und so weiter. Also dynamische Banner auf jeden Fall für Retailer mit vielen Produkten, mit vielen Aktionen, ein super, super spannender Punkt, den man sehr, sehr gut nutzbar machen kann. Programmatic Add Automation, für alle, die nicht direkt mit einem komplett fancy designten, komplett angepassten, bis ans letzte CI-Guiding geplanten Banner-Set, natürlich eine super gute Möglichkeit, dass man Programmatic sofort kostengünstig und automatisiert nutzt. Es nutzt einfach die Vorteile auf der einen Seite von dynamischen Bannern, hat eben diesen Performance-Charakter durch die Automatisierung im Hintergrund, die wirklich auf Produktdaten basiert und kann einfach so einen kostengünstigen und automatisierten Einstieg in Programmatic Advertising ermöglichen. Und wichtiger Punkt noch dazu, egal für welche Möglichkeit man sich dann auch entscheidet, Programmatic Advertising ermöglicht einfach ein super granulares Targeting für jeden Kampagnentyp. Also egal, ob man jetzt die Full-Funnel-Beispiele hernimmt, wo für jeden Funnel-Step quasi das Passende dabei ist, bis hin zu sehr, sehr Conversion-lastigen Bannern wie Remarketing-Bannern ist alles dabei und kann man alles entsprechend aufsetzen. In dem Sinne, ja, danke fürs Zuhören schon mal und dann schaue ich mir mal an, welche Fragen schon während dem Webinar aufgekommen sind und welche vielleicht auch jetzt noch dazukommen und versuche, die Fragen zu beantworten. Aktuell sehe ich nur, dass die Verbindung scheinbar kurz unstabil war, dafür schon mal sorry. Ich hoffe, man hat mich trotzdem gut verstanden und konnte die Slide sehen. Ansonsten, wenn irgendwas, wenn man irgendwas nicht verstanden hat, bitte jederzeit mir einfach schreiben, einfach bei mir melden, dann versuche ich alles noch mal im Detail auch durchzusprechen und Unklarheiten zu beantworten, falls die Verbindung eben super schlecht war. Gibt es zu den sonstigen Punkten noch Fragen, die aufgekommen sind? Ich warte mal noch eine Minute einfach, ob noch Fragen auftauchen, die einfach ein bisschen länger dauern zu tippen. Es scheinen keine Fragen mehr aufzutauchen. Dann möchte ich noch mal wirklich herzlich Danke für die Aufmerksamkeit sagen und falls sich noch irgendwelche Fragen ergeben oder wir im programmatischen Bereich weiterhelfen können, bitte jederzeit einfach auf mich oder uns zukommen und wir beantworten gern alle Fragen und schauen sich auch spannende Use Cases gern an. Ich freue mich auf jede Anfrage und in dem Sinne einen schönen Abend noch und bis hoffentlich bald. Dankeschön.